Oh, komm rein, rein, rein. Jawoll, Digga! Jawoll! Ihr macht Musik nicht für euch, sondern für den Hype. Romisch, du hast die Ziele verträumt, leuchtet ihr nicht ein. Ey, na. Was geht ab, YouTube-Hälsch? Willkommen zu diesem Video hier auf meinem Gaming-Kanal. Ich hoffe, euch geht's, blenden wir Auspuffohre. Ich hab's geschafft, endlich auf einen MB3-Server zu kommen. Ich spiele heute wieder ein bisschen MB3. Auf ganz entspannt. Bisschen auf Rust, Digga. Alter, wie schnell hat der grad nachgeladen? Digga, war das schon immer so? Guck mal, wie schnell der nachlädt, Digga. War das schon immer so? Ja, als ob der... Das studiert hat der Bre. Ja, ein bisschen mit der ACR auf Rust, Digga. Die legendäre... ...Sniper-Map. Also Rust ist... Rust gehört auf jeden Fall einer... ...zu einer meiner Lieblings-Maps mit Shipment. Ja, muss ich an der Stelle auch erwähnen. Ach, Digga, nicht meine Team-Maps. Wo sind die Gegner, Digga? Ich laufe hier rum, als ob ich gerade... Was ist denn los? Wo sind die Gegner, Digga? So, da oben haben wir. Was macht der Bre da hinten? Oh, nein, nein. Oh! Alter, wie viele Streaks haben die? Viele hauen die gerade raus. Aber wir gewinnen gerade. Können wir machen, Digga. Einmal reinsprayen, Digga. Ja, einfach reinsprayen, Digga. Das passt schon. Einfach reinbuttern. Oh, der Spawn hat sich gewechselt. Das heißt, wir werden Save-4 spawnen, oder? Ich geh mal hoch. Ich hab kaum Muni. Ah, von unten. Komm mal her, Digga. Oh mein Gott, ich dachte, der holt mich jetzt. A-K-U. Schnellfeuer. Oh, auch geil. I got love. I got love. Oh mein Gott, Alter. Wie schnell schießt die? Oh mein Gott. Was war denn das, Digga? Digga, die versuchen gerade... Oh, komm, rein, rein, rein. Jawoll, Digga. Jawoll. Nein, ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Schnell, schnell, schnell. Boah, Multi-Abschuss. Stark. Dieses Gefühl, ich bin der. Rein, 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 rein. Ich brauch Muni. Ich brauch Muni, 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 Muni. Ich hab noch Plünderer. Oh mein Gott. Nein. Mann, Alter. Alter, was hab ich hier? Was hängt da an meiner... Was hängt da? Was hab ich hier? Seht ihr das hier unten? Was ist das, Digga? Das hat mein drittes Bein sein, oder was? Oh. Oh, das ist ein geiler Spot, wenn du da hinten lang gehst, ne? So, hier spawnen auch noch. Oder? Wo ist der? Also, wir machen mal ein bisschen in die Granate rein, Digga. Ich glaub, ich wechsle jetzt gleich mal eben zu der Sniper, Digga. So, ich nehm mal eben den Sniper. Ich hab Bock zu snipen. MSR auch. MSR nicht meine Lieblingswaffe. Ja, so meine Lieblingssniper ist auf jeden Fall die M40A3. Das ist Liebe. Aus COD4. Uni Intervention. Die MSR geht so. Ist das nicht meine Lieblingssniper, Digga. Aber kann man auf jeden Fall auch machen. So, ich glaub, ich spawn wieder da hinten. Ich versuch die wieder abzufangen. Komm schon. Reiner, 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 reiner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Nein. Ich hab wieder Multi gemacht, Digga. Kommt her, spawn. Digga. Ich wollte grad sagen, ich hab mich noch getroffen, Imbri. Wie oft soll ich den noch treffen? Digga. Digga, One-Shot, ne? Ich One-Shotte die auch. Ich One-Shotte die auch, ne? Diese Bots, Digga. Rust, einer der besten Maps überhaupt? Wow. Jo. Ja, Shipment war schon geiler, Digga. Was? Wenn wir da hingehen, dann ändert sich wieder der Spawn, Digga. Deswegen. Schön von hier, Digga. Schön, schön, schön geschmeidig. Schön geschmeidig. Schön von hier. Wie die Spawn ist da hinten? Nein. Was? Ich hab einen Doppelabschuss gemacht. Geil. Geil, 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 geil. Geil. Okay, wir spawnen die Brees. Digga, wir haben zwei Multi-Abschüsse geholt. Abschuss, wie viele Tode? 55 Kills, 20 Tode. Ja, mein Ping ist komplett grauenvoll, Digga. Oh, Terminal. Terminal ist auch eine geile Map. Terminal ist auch geil. Immer gerne getrickshotted, Digga. Steigen die von der Hände durch. Guck, dreh dich mal um, du Vollidiot. Oh. Nein. Oh, er neift mich, ekliger. Ach, Digga, du bist so ein Ekliger mit deiner Schrotflinte. Digga, ich spiele auf so einer Map mit Schrotflinte. Das kannst du keinem erzählen gerade. Okay, der hat eine Kugel bekommen. Oh, oh, oh. Wo war'n der? Digga, wo ist der? Wo bist du, mein Freund? Oh. Er spielt mit Intervention, ne? Auch geil. Er heißt einfach Kinder. Warum heißt er Kinder, Digga? Was ist das für ein Name, Bro? Ja, der Bril wird auf jeden Fall aufgegessen. Kommt mal raus, der jetzt. Schön, schön, schön. Was, Mann? Oh, mein Gott. Ist wieder was umsonst, oder was? Also auch noch mal ein paar Kugeln. Digga, aber dafür, dass das Bots sind, haben die aber verdammt gutes Aim, Digga. Das sind einfach Bots. Gib mal her die MP7. Goldene MP7. Oh, die goldene MP7, ne? Aber die MB3-Goldtarnungen, die waren schon... Oh, Digga, das... Das ist die Goldtarnung des MB3, Digga. Die sieht schon brutal aus. Digga, die sieht schon brutal aus. Also sagt mal ein Call of Duty, wo die Goldtarnungen so funkeln wie ein MB3, Digga. Jetzt mal ehrlich. Guck dir das mal an, wie edel das aussieht. Das ist aber kein Blattgold. Guck mal, der Bril wird sich jetzt zurückshotten, oder was? Komm mal da rum runter. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Zwei Stück, zwei Stück, drei Stück. Ah, 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 ah. Bimbo, Bimbo, Bimbo. Oh, der Bimbo, Digga. Der Bimbo. Oh, so, die ist vorne hinten wieder. Ah, da kommt das andere durch die Mitte. Halt die Füße still. Canella. Chanel. Auf mich bestellt. Gehen wir rein. Zack. Zack. Ach, Mann, Alter, Mann, ey. Immer wenn ich in On-Street bin, Digga. Oh, mein Gott. Kann man machen. Oh, 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 einer vor dir. MP7, her damit, her damit. Hör damit. Nein, Mann, diese. Achso, ich dachte, das wäre der Payflow. Ich hätte gerne auf eine andere Lobby gespielt. Ohne Bots. Aber schwierig. Geht nicht. Leider geht das nicht.